Das Wort vom Kreuz und die Weisheit der Menschen. 1. Korinther 1, 18 Denn das Wort vom Kreuz ist ein Torheit, denen, die verloren gehen, uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Und ein herzliches Willkommen zurück, liebe Geschwister. Dieses Mal werden wir uns dem Kreuz unseres Herrn und Erlösers, Jesus Christus, widmen. Die Predigt vom Kreuz war die besondere Botschaft unserer Apostel Paulus, wie steht in Römer 11, 13. Denn zu euch, den Heiden, rede ich, weil ich, Apostel der Heiden bin, bringe ich meinen Dienst zu Ehren. Das Evangelium, das Paulus predigte, war, dass Christus vor unserer Sünden gestorben und für unsere Erlösung von den Toten auferstatten ist, wie steht in 1. Korinther 15, 1 durch 4. Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündet habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündet habe, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben worden ist und dass er auferstatten ist am dritten Tag nach den Schriften. Das Paulus Evangelium war Glaube ohne Werke. Weder die zwölf noch die anderen neutestamentlichen Autoren predigten diesen Evangelium, bis sie es von Paulus erfuhren. Das Paulus Evangelium, sein Predigt vom Kreuz, löste eine große Krise unter der jüdischen Führung in Jerusalem aus, die zum Konzil von Jerusalem führte, sogar 51 nach Christus. Wir lesen darüber in Apostelgeschichte 15. Wir werden später darauf zurückkommen. Die Apostelgeschichte ist ein Übergangsbuch, in dem die Kirche von den Juden zu den Heiden überging und dass wir durch die Gnade Gottes allein durch den Glauben gerettet werden. Ziel dieser Studie ist es, das Evangelium des Paulus zu untersuchen und wie einzigartig sie für seinen Dienst als Apostel der Heiden war. Wir werden uns die Verse ansehen, über die Paulus vom Kreuz spricht und zum Schluss schauen wir uns auch die Verse an, über das vergossene Blut Jesus Christus. Paulus verwendete den Begriff Kreuz, Storos, zehnmal, elfmal Hebräer mitgezählt. Im Kontext war das Storos, das Folter- und Totesinstrument, das die Römer erfunden und eingesetzt hatten, um Kriminelle oder diejenigen, die Rom bedrohten, hinzurichten. Okay, hier sind wir bei Blue Letter Bible. Hier finden wir die griechische Strongs für jedes Wort in der Bibel. Geben wir einen Vers ein. 1. Korinther 1, 17. Nehmen wir den Luther. Und geht's los. So. Da haben wir es doch. 1. Korinther 1, 17. Denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu predigen, nicht mit klugen Worten, auf das nicht das Kreuz Christi zunichte werde. Ähm, schauen wir uns den Strongs an. Cross muss das sein in Englisch, wie da ist es. Storos. Und machen wir es in Deutsch übersetzen, die Definition. Okay. Ein wohlbekanntes Instrument grausamster und schmächtigster Bestrafung, das die Griechen und Römer von den Phonizern übernommen haben, bei den Römern wurde es bis der Zeit Konstantins der großen, des schuldigsten Verbrecher damit bestraft, insbesondere die gemeinsten Sklaven, Räuber, die Urheber und Anstifter von Aufstädten und gelegentlich in Provinzen je nach Willkür der Stadthalter auch aufrechte und friedfertige Menschen und sogar römische Bürger selbst. Die Kreuzigung, die Christi erlitt, ein aufrecht stehender Fall, insbesondere ein Spitzer, der als solcher in Saunen oder Palisaden verwendet wird. Okay. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes verwendeten das Wort in ihren Berichten über die Kreuzigung Christi. Sonst verwendete außer Paulus kein anderer Autor das Wort Stauros. Und nur zur Info, hier sind die Verse, wo das Wort Stauros vorkommt, 27 Mal in 27 Versen und die Texten Rezeptos. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes und Paulus Briefe. Nur, also ausschließlich diese Aposteln. Schauen wir uns nun die Verse an, in denen Paulus über das Kreuz spricht. 1. Korinther 1,17 Denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkunden, und zwar nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz des Christus entkräftet wird. Dieser Vers zeigt, wie sehr sich Paulus sein Dienst von denen des Johannes des Täufers und der Zwölf unterschied. vergleichen wir nun Matthäus 3,11, Markus 1,4, Lukas 3,3 und Johannes 3,22. So, Matthäus 3,11, hier spricht Johannes der Täufer. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, sodass ich nicht würdig bin, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit Heiligen Geist und Feuer taufen. Markus 1,4 So begann Johannes in der Wüste, taufte und verkündete eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Lukas 3,3 Und er, Johannes, kam in die ganze Umgebung des Jordan und verkündete eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Johannes 3,22 Danach kam Jesus mit seinen Jüngern in das Land Judäa und dort hielt er sich mit ihnen auf und taufte. Wir sehen also, dass im Evangelium des Königreichs das Schwerpunkt stark auf der Taufe zur Vergebung der Sünden lag. Als Paulus den Korintherbrief schrieb, ca. 57 n. Chr., maß er die Wassertaufe kaum noch Bedeutung bei. Als er den Epheserbrief schrieb, ca. 62 n. Chr., hatte er die Wassertaufe vollständig aufgegeben. Epheser 4,5 und 1. Korinther 12,13 Okay, Epheser 4, nehmen wir die ersten fünf Verse, die Einheit des Geistes. So, So ermahne ich euch nun, ich, der Gebundene im Herrn, dass ihr die Berüfung würdig wandelt, zu denen ihr berufen worden seid, in denen ihr mit allen Demut und Sanftmut und Langmut einander in Liebe erträgt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ich, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung, eurer Berüfung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, Kontext ist natürlich, Geist, ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle und in euch allen. Diese ist eine geistige Taufe. 1. Korinther 12,13 Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden, ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Paulus lehrte, dass Gotteskraft war das Wort oder die Lehre vom Kreuz. 1. Korinther 1,18 Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen, uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Für die Welt ist das Kreuz eine Torheit, Für diejenigen, die an Gott glauben, ist es ewiges Leben. Das Wort vom Kreuz besagt, dass Christus bei unserer Sünden gestorben ist und das Sündenproblem gelöst hat. Die Legalisten oder Judenmacher versuchten die Galater zu verzaubern. Ihnen wurde gesagt, sie müssen das Gesetz befolgen, den jüdischen Sabbateinheiten, sich beschneiden lassen und auf bestimmte Lebensmittel verzichten. Genau das passiert auch heute noch. Es gibt viel zu viele YouTube-Kanäle und ich meine sehr viele, die eine auf Werke basiertes Evangelium predigen und viele in ihre Zerstörung führen. Okay, Galater 5 Die Freiheit in Christus und die Verführung der judaischischen Irrlehrer. Und hier auf YouTube gibt es leider zu viele. Okay. So steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat und lasst und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Das ist das Gesetz. Siehe ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lässt, wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge nochmals, schon wieder, nochmals, jeden Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er verpflichtet ist, das ganze Gesetz zu halten. Diese Beschneidung ist, zum Beispiel, jemand hat einen Unfall und muss sich beschneiden lassen. Diese Beschneidung ist eine Konvertierung zu Judentum. Das ist gemeint hier, nicht durch Unfall oder weil es sein muss. Okay. Vers 4 Ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durchs Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Wir aber erwarten im Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit, der in Christus Jesus geht, weder Beschneidung noch Unbeschnitten sein. Etwas sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Ihr lief gut. Wer hat euch aufgehalten, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Die Überredung kommt nicht von dem, der euch berufen hat. Das ist Jesus. Ein wenig Sauerteig durchsaubert den ganzen Teig. Ich traue euch zu in den Herrn, dass ihr nicht anders gesinnt sein werdet. Wer euch aber verwirrt, der wird das Urteil tragen, wer er auch sei. Ich aber, ihr Bruder, wenn ich noch der Beschneidung verkündete, warum wurde ich denn noch verfolgt? Dann hatte das Ärgernis des Kreuzes aufgehört, O dass sie auch abgeschnitten wurden, die euch verwirren. Denn ihr seid zur Freiheit berüfen, Brüder, nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Denn das Gesetz wird in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das Kreuz war Paulus Evangelium des Glaubens ohne Werke. Diese Botschaft war ein Stolperstein für die Juden der Jerusalem Kirche, die die Beschneidung und die Einhaltung des Moserischen Gesetzes zur Erlösung predigten. Apostelgeschichte 15, Verses 1 und 5. So, Apostelgeschichte 15, hier ist der Jerusalemer Konsil über das Verhältnis zu den Heidenchristen. Wir nehmen Verses 1 und 5, wegen der Judenmacher. Und aus Judäa kamen einige herab und lehrten die Brüder, wenn ihr euch nicht nach dem Gebrauch Moses beschneiden lässt, so könnt ihr nicht gerettet werden. Hm, das sind die Judenmacher. Ähm, Vers 5, aber einige von der Richtung der Pharisäer, und da gibt es viele hier auf YouTube, moderne Pharisäer, die glaubig geworden waren, statten auf und sprachen, man muss sich beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Moses zu halten. Paulus erklärte, dass die Erfordernis der Beschneidung und der Einhaltung der Gesetze zur Erlösung die Botschaft des Kreuzes scherstört. Diejenigen, die weiterhin die Beschneidung predigten und das mosaische Gesetz einhielten, verstießen gegen die Kreuzpredigt und gegen das, was Petrus in Apostelgeschichte 15 erklärt hatte. So, Apostelgeschichte 15, nehmen wir Vers 10 und 11, vielleicht 12 mit. Hier spricht Petrus. Weshalb versucht ihr denn jetzt Gott, indem ihr ein Joch auf den Nacken der Jünger legt, dass weder unser Väter noch wir ertragen könnten. Vielmehr glauben wir, dass wir durch die Gnade des Herrn Jesus Christus gerettet werden, auf die gleiche Weise wie jene. Da schwieg die ganze Menge und hört Barnabas und Paulus so, die erzählten, wie viel Zeichen und Wunder Gott durch sie unter den Heiden getan hatte. Die Juden, die sich in Apostelgeschichte 15 gegen Paulus stellten, lehrten, dass Nichtjuden, die auf das Evangelium der Gnade des Paulus reagierten, beschnitten werden und das Gesetz Mose gehorchen müssten, um gerettet zu werden, wie wir eben gesehen haben. Okay, Galater 6, nehmen wir 11 durch 15. Hier geht es um die eigenhängende Briefschluss. Paulus konnte nicht richtig sehen, deswegen musste er groß schreiben und es geht wieder um das Kreuz. Das ist unser Video heute. Okay, seht, mit welchen großen Buchstaben ich euch geschrieben habe mit eigener Hand. Alle, die im Fleisch wohl angesehen sein wollen, nötigen euch, dass ihr euch beschneiden lässt, nur damit sie nicht um das Kreuz des Christus willen verfolgt werden. Denn nicht einmal sie selbst, die sich beschneiden lassen, halten das Gesetz. Die sind Heuchler, sondern sie verlangen, dass ihr euch beschneiden lässt, damit sie eures Fleisches Ruhm können. Von mir aber sei es ferne, mich so Ruhm als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Denn in Christus Jesus gilt wie der Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern eine neue Schöpfung. Gott lässt keine Pfallen in seine Gegenwart zu. 1. Korinther 1, 29. Die einzige Prahlerei, die Gott zulässt, betrifft das, was er getan hat. 1. Korinther 1, 30, 31. Alle Ehre gebührt unseren Herrn Jesus Christus. Amen. 1. Korinther Kapitel 1. Wir müssen hierfür 28 mitnehmen. Okay. Und das Unedele der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Und das, was nichts ist, damit er so nicht der Mache, was etwas ist, damit sich vor ihn kein Fleisch Ruhm. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung, damit es geschieht, wie geschrieben steht, wer sich Ruhm will, der Ruhm sich des Herrn. Das Kreuz war die Prahlerei des Paulus. Derjenige, der an das Evangelium des Glaubens des Paulus glaubt, gibt Gott alle Ede und nicht unsere Werke oder Tun. So, Epheser Kapitel 2, Vers 16 wollen wir, aber wir nehmen wie immer den Kontext mit, Vers 13. Jetzt aber, in Christus Jesus seid ihr, die einst fern warnt, nahe gebracht worden durch das Blut des Christus, denn er ist unser Friede, der aus beide eins gemacht und die Scheidewand des Saunes abgebrochen hat, in denen er in seinem Fleisch die Feindschaft des Gesetzes der Gebote in Satzung entweckt hat, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften und um die beiden im einen Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, nachdem er durch das selber die Feindschaft getötet hatte. Die Gleichheit von Juden und Heiden in Christus, Galater 3, 26 durch 28, Epheser 3, 3 durch 7, war ein Geheimnis, das nur Paulus offenbart wurde. Okay, Galater 3, ich sage immer, die Judenmacher müssen Galater lesen und Römer 3. Okay, Galater 3, die Kontext hier ist, Gerechtigkeit wird durch Glauben erlangt und nicht durch Gesetz. wir wollen 26 durch 28 also und da sind wir so, denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus, denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abraham Same und nach der Verheißung Erben. So, ich weiße 3, nimm mir die Kontext auch mit. Das Geheimnis des Christus ist geoffenbart, ein Leib aus Juden und Heiden und die Juden müssen zu Christentum konvertieren, um in den Leib hineingetauft zu werden. Okay, Vers 1 Deshalb bin ich, Paulus, der gebundene Christi Jesu, für euch, die Heiden. Ihr habt ja gewiss von der Dispensation der Gnade Gottes gehört, die mir für euch gegeben worden ist, dass er mich das Geheimnis durch Offenbarung wissen ließ, wie ich zuvor kurz geschrieben habe. Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis des Christus erkennen, dass in früheren Generationen der Menschenkindern nicht bekannt gemacht wurde, wie es jetzt seinen heiligen Apostel und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist, dass nämlich die Heiden Miterben und mit zum Leib Gehörige und Miteilhaber seine Verheißung sind in Christus durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin gemäß der Gabe der Gnade Gottes, die mir gegeben ist nach der Wirkung seiner Kraft. Paulus offenbarte, dass die Kreuzigung und Auferstehung Christi das Problem der Sünde lösten und die Gleichstellung von Juden und Nichtjuden ermöglichten. Die Zwölf wüssten nichts davon, bis sie es von Paulus erfuhren. Weiter mit dem Kreuz Philippa Kapitel 2 nehmen wir 5 durch 8 Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er äußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung, als er Menschen erfunden, erniedrte Gesicht selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Der Herr Jesus Christus wüsste, welches Leid das Kreuz mit sich brachte. Er betete zum Vater, wenn möglich, dass ihm das erspart bleibe. Matthäus 26 39 Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf sein Angesicht, betete und sprach, Mein Vater, ist es möglich, so gehe diese Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Sein körperliches Leiden war intensiv, aber sein Leiden für die Sünden der Welt war unvorstellbar. Er, der Herr, der allmächtige Gott, hat gelitten, wie noch nie jemanden gelitten hat, um denen, die ihn vertrauen, das Leben zu schenken. So, Philippa 3, Kapitel 3 Warnung vor Feinden des Kreuzes des Christus. Und hier spricht Paulus natürlich, werdet meine Nachahmer, ihr Brüder, und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe und jetzt auch weinend sage, als Feinde des Kreuzes des Christus. Ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott ist der Bauch, sie ruhmt sich, ihre Schande, sie sind irdisch gesinnt. Unserer Bürgerrecht aber ist den Himmel. Von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten, als den was, den Retter, der unserer Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, vergleicht mit 1. Korinther 15 So dass ihr gleichförmig wird, wie seinen Leib der Herrlichkeit, Vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Die Feinde des Kreuzes Christi sind diejenigen, die sich dem Glaubensevangelium des Paulus widersetzen, dass Christus vor unserer Sünden gestorben und von den Toten auferstanden ist. Das Evangelium der Gnade 1. Korinther 15 1 durch 4 Kolosser Kapitel 1 Wir haben noch drei Verse den sind wir durch für heute Beginnen wir bei 19 Denn es gefiel Gott in ihn alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen in den er Frieden machte durch was durch das Blut seines Kreuzes durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist Auch euch die ihr ein sind fremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken hat er jetzt versöhnt Jesus versöhnte den Menschen durch das Blut seines Kreuzes mit Gott Das Kreuz ist im wahrsten Sinne des Wortes der Kern die Geschichte das Ereignis auf das die gesamte Geschichte hin arbeitete So gleiche Passage Kalosser 2 Nehme 13 bis 15 Er hat auch euch die ihr tot wart in den Übertretungen und den unbeschnittenen Zustand eures Fleisches mit ihm lebendig gemacht indem er euch alle Übertretungen vergab und hat gegen die uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht die durch was durch Satzungen das Gesetz uns entgegen stand und hat sie aus dem Weg geschafft in den er sie ans was ans Kreuz heftete als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an denselben das Berg Christi am Kreuz hat die Schuld gegen uns getilgt dies war die Abrechnung der Sünden durch das museische Gesetz und das Sittengesetz Christus letzter Wort war Teteeste es ist vollbracht dies war seine Erklärung des Sieges über die Sünde und Tod ok letzter Vers für heute Hebräer 12 2 der letzte Vers in dem von Paulus das Kreuz erwähnt wird Hebräer ist ein Buch der natürlich an die Hebräer geschrieben wurde es es ist quasi für neu konvertierte Juden für die Trypsalzeit also für neu konvertierten die von Judentum zu Christentum konvertieren das ist der Zweck des Buches Hebräer ok in denen wir hinschauen auf Jesus den Anfänger und Veränder des Glaubens der um der von ihm liegende Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat niemand außer Paulus benutze das Wort Storos nach den Evangelien dies ist ein weiterer Beweis dafür dass Paulus der Autor des Hebräer Briefs ist Jesus ertrug das Kreuz die Schande und das Leid weil er uns liebt Gott ist nicht böse auf uns wir stehen unter keinerlei Verdammnis wie steht in Römer 8 1 Gott liebt uns Manche Leute denken dass Gott oben im Himmel sitzt und mit seinen Faust schüttelt und nur darauf wartet die Sünde zu bestrafen aber die Erlösung ist ein Geschenk das Gott allen Menschen geben möchte alles was von unserer Seite verlangt wird ist dass wir glauben